Digitales Wörterbuch gesucht? Die App Lingui heute bei uns im App-Check. Viel Spaß und los geht's! Du kennst das bestimmt. Du bist an deinen Englisch-Hausaufgaben, bist eigentlich wirklich im Flow, aber dir fehlt ein einzelnes Wort, eine Vokabel, die dir nicht einfallen will. Dummerweise hast du auch kein Wörterbuch zur Hand. Was machst du jetzt? Perfekt wäre doch jetzt eine App, mit der du ganz schnell einfach das fehlende Wort checken kannst. Ja, was du brauchst, ist eine Wörterbuch-App, denn das Smartphone hat man natürlich immer dabei. Mittlerweile gibt es auch einige Anbieter, die diese Wörterbuch-Apps entwickelt haben und wir haben uns mal eine App davon angeschaut, die wir euch jetzt natürlich vorstellen. Neben Lio, Dikt.cc und Pons ist uns Lingui aufgefallen. Die App ist kostenlos, enthält aber leider Werbung, die teilweise wirklich nerven kann. Lingui kann nicht nur Deutsch und Englisch, sondern hilft dir auch bei Französisch oder Spanisch weiter. Andere Sprachen wie Italienisch oder Portugiesisch gibt es aktuell nur als Übersetzung aus oder ins Englische. Aber das wird sich wohl noch ändern, denn an der App wird noch gearbeitet. Praktisch ist, dass Lingui Satzbeispiele liefert, um deutlich zu machen, in welchem Zusammenhang die jeweilige Vokabel üblicherweise verwendet wird. Dazu kommt, dass du dir auch die Aussprache anhören kannst, was dich dann beispielsweise im Urlaub oder auf Klassenfahrt vor Peinlichkeiten bewahren kann. Auch hier wieder ein großer Vorteil im Vergleich zum herkömmlichen Printwörterbuch. Bei der Suche nach den Vokabeln werden Tippfehler automatisch verbessert. Solltest du dir bei der Eingabe also mal die Finger verknoten, nimmt die App dir das nicht übel. Schon während der Eingabe erhältst du Ergänzungen angezeigt, die du zur Suche verwenden kannst. Außerdem bekommst du hier zum Beispiel auch Wörter angezeigt, die du früher schon mal nachgeschlagen hast. Auch hat der Offline-Modus hier seine Vorteile. Du kannst ja nämlich die Wörterbücher einfach downloaden und hast sie dann direkt auf dem Handy gespeichert. Ein großer Vorteil, wenn du zum Beispiel im Ausland kein Internet hast oder einfach so keinen Empfang hast. Natürlich haben wir wie immer auch wieder einen Blick auf die Berechtigung, die die App haben möchte, geworfen. Und hier sind uns leider ein paar kleine Berechtigungen aufgefallen, die die App nicht wirklich bräuchte. Die kannst du allerdings auch deaktivieren, wenn du die App in erster Linie offline nutzt. Ab und zu solltest du trotzdem die App mit dem Internet verbinden, um die notwendigen Updates zu installieren. Unterm Strich und unserer Meinung nach ist ein Wörterbuch auf dem Smartphone eigentlich eine ziemlich coole Sache. Du sprachst nämlich einiges an Gewicht, wenn du vergleichsweise immer ein Oldschool-Print-Wörterbuch mit dir rumschleppen müsstest, um mal schnell eine Vokabel nachzuschauen. Spar dir das, lad dir die Lingui-App runter, schau wie sie dir gefällt. Und wenn du willst, sehen wir uns das nächste Mal wieder zum App-Check. Spar dir das, lad dir die Lingui-App runter. Spar dir das, lad dir die Lingui-App runter.